Hi, ich bin der Njamice, About the Ground, oder kurz Njami. Ich bin jetzt hier neu bei den Blauen und habe ganz lange Jahre bei Reutlingen gespielt, in der Jugend, auch zwei Jahre bei Balingen und da komme ich jetzt auch her, habe da meine erste Regionalliga-Erfahrung gesammelt und stehe hier neben Wiko, der ist auch neu bei den Blauen und stellt sich auch kurz vor. Servus, ich bin Wiko, 26 Jahre alt, komme vom VfL Aalen, komme aus dem Norden, bin auf der schönen Insel Rügen geboren, in Rostock groß geworden, da auch in der Jugend gespielt, dann noch bei Kiel und dann wurde es für mich immer südlicher, freue mich jetzt hier zu sein, schönes Gelände, schöne Bedingungen und Vorbereitung kann losgehen. Ja, wie sieht es aus, Grant, hast du gerade gesagt, Njami ist dein Spitzname, oder Grant, was heißt denn lieber? Eigentlich Njami, muss ich ehrlich sein. Es ist immer ein bisschen schwierig bei mir, anfängliche Schwierigkeiten alle, aber ich glaube, mit Njami kommen wir dann gut aufeinander. Du bist ja schon ein bisschen erfahrener im höheren Fußball, sage ich. Was sagst du hier zu den Bedingungen, ist es gut? Ja, sehr gut. Also ich durfte ja einmal dritte Liga schon miterleben beim TSV Havelse und bin jetzt hier und muss dann schon sagen, dass der Verein einfach nochmal größer ist. Ich glaube, nochmal bessere Bedingungen, alles sind schrittweit professioneller. Das, obwohl es Regionalliga ist, aber generell die Liga finde ich einfach sehr, sehr stark. Und ja, es auf jeden Fall kann man schon auch eigentlich als Profiliga sehen, auch wenn es offiziell nicht dazu reicht. Ja, wie sieht es bei dir auf, worauf freust du dich am meisten jetzt auf die Saison? Ja, ich freue mich vor allem darauf, dass ich jetzt mal richtig unter sechsmal Training, unter geilen Rasenplätzen, ich habe am Anfang bei den Herren in Verbandsliga gespielt. Und ja, ich habe mega Bock, einfach nochmal mehr Gas zu geben, mich auf Fußball zu konzentrieren und genau, ja. Hast du sonst noch irgendwie Hobbys oder irgendwas anderes? Ich studiere jetzt fertig, also ich bin jetzt im letzten Semester, schreibe mir eine Bachelorarbeit und ja, bin ansonsten auch gerne mal ein bisschen draußen was essen oder so und ja, genieße mein Leben gerne. Lebe Mensch. Lebe Mensch. Wo ist es bei dir? Ja, ich studiere tatsächlich auch. Ich studiere Jura und bin jetzt mittlerweile im zehnten Semester, also irgendwann sollte nochmal das Staatsexamen folgen. Ja, falls man das dann irgendwann schaffen sollte oder wenn man es dann geschafft hat, wahrscheinlich besser, ist man auch richtig stolz drauf, aber bis dahin ist es schön, das noch mit dem Fußball zu kombinieren. Und solange es möglich ist, will man es auf jeden Fall noch machen. Ja, ich würde sagen, auf eine gute Saison, auf die Blaue. Auf die Blaue.